Und Herr Minister Seehofer, eine Frage an Sie. Der Rat will sicher verschlüsselte Kommunikation abhören und durchleuchten, auch mit dem geplanten Durchsuchung nach kinderpornografischen Inhalten. Verstehen Sie, dass Abhörbarkeit und Sicherheit nicht zusammengehen, dass wir uns hier also entscheiden müssen? Zur Verschlüsselung. Da kann ich nur deutlich sagen, habe ich immer wieder öffentlich gesagt, wir brauchen Daten, die von Gegnern des Rechtsstaates und unserer Bevölkerung verschlüsselt transportiert werden. Aber ich versichere heute nochmal, wir wollen dabei die Grundregeln des Datenschutzes und einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie gewähren. Wir haben ja das noch nicht entschieden, aber wir haben mal formuliert, was zu lösen ist. Und diese Auflösung dieser Fragen steht jetzt an.